Heimtemtem, heimtemtem, Schmürbröt, heimtemtem, Schmürbröt, heimtemtemtem. Ja so meine Fuzzibärchens und Pinker erstmal, ne? Kennt ihr das? Wenn ihr abends nach Hause kommt und ihr wisst neben mir, wo euer Löffel steht, dann habt ihr mal Bock, was richtig Geiles zu kochen. Und heute kochen wir Linsensuppe mit Würstchen. Was brauchen wir dafür? Einmal hier die gute Teeblinsen-Suppe und einmal hier die scheiß Würstchen. Und aber, oh, wie bereitet man das zu, werdet ihr euch fragen. Das ist ganz einfach. Ihr macht einfach die scheiß Dose auf und kippt den ganzen Gulag da rein, ja, und dann kommen die Würstchen. Und das ist das Spezielle, das kommt jetzt. Endlich ist es soweit. So, ihr nehmt einfach eine Schere und natürlich Schweinewürstchen und macht die einfach schnipp, 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 schnipp. Einfach rein in die Pampe, ne? Sehr wichtig, hier schön, zack, zack, zack. Ich nehm immer, äh, natürlich nicht nur eine Wurst, weil auf einem Bein kann man nicht stehen. Machen wir hier die zweite Wurst auch noch. Schnipp, schnipp, schniedel ab, runter mit dem, ähm, ach, wie war das nochmal hier, Schwanz ab, runter mit dem Männlichkeits- hier von Ärzte, ihr wisst schon, schnipp, 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 schnipp. 3 Uhr morgens kann man das mal machen. So, und jetzt schaltet man den, äh, Herd an und dann wird gleich alles gut. Alles klar, liebe Zuschauer, dann kann's jetzt losgehen. So, ja, dann kocht das geil, dann müssen wir mal saufen, ne? Während hier, ähm, das Ganze hier warm wird, ne? Ping. So, schön umrühren die Pampe, schön umrühren, immer umrühren die Pampe. Und hier runter mit dem Männlichkeitsgrad, so, so war das hier, ne? Die Ärzte wussten schon damals, wie es läuft. Ärzte damals gut, Ärzte heute, naja. So, hier, schön umrühren die Pampe. Die scheiß Pampe, die jetzt reingeht in den Darm. Sauern ist immer eminent wichtig, beim Kochen habt ihr ja letztens gesehen, bei dem, äh, was hab ich denn da gekocht? Ja, Spaghetti, Spaghetti mit, äh, Sahnesoße-Zeus. Auch richtig geil eklig sieht das aus, aber schmeckt tatsächlich ganz gut. Ähm, jetzt machen wir hier einen Ping auf den Tipp, weil wir haben 3 Uhr morgens, mhm, und da kann man mal kochen, wenn man schon nicht schneidet, dann kann man ja mal kochen, ne? Wir haben ja heute, obwohl, doch, wir haben geschnitten, wir haben die Würstchen geschnitten, jetzt, äh, jetzt kommt das große Finale, nur für euch. Ihr scheiß F***. Jetzt haben wir hier den Teller, dann machen wir hier, klatsch, radatsch, einfach den ganzen Suppenkasper da rein, hier alles schön raus, komm raus, die Linsen schön, weil wir wissen ja alle, Erbsen, Bohnen, Linsen bringen Arsch zum Grinsen, ne? So, jetzt noch hier, äh, Löffel rein, und, ja, bon appetit, tschüss. Ja, 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 Vielen Dank.